Was mich wirklich antreibt, ist, die Gierwilder zu machen. Nur was man kennt, das kann man lieben und nur was man liebt, das schützt und bewahrt man. Andere liegen um die Zeit im Bett am Samstagmorgen. Ich will jetzt da oben sitzen und will auf den Adler schauen. Ich höre, jetzt bauen wir es ja hoch. Boah! Ich habe Naturknall und Drall seit frühester Kindheit, als wenn es ein Gen für Tierbegeisterung gäbe. Ich finde die heimische Natur genauso spannend wie die ferne exotische. Ich habe mein erstes Schuch, als ich 9 Jahre alt war, und dieser Schuch hat mich Angst. Es hat mich gefragt, warum dieser Schuch hat mich Angst, wenn jeder sagt, dass die Schuchze will mich töten. Ich habe über 200 Tage ein Jahr unter Wasser mit Schuchze, und ich habe nie ein Problem mit Schuchze. Die Leute sind viel weniger und mehr gefährlich als Schuchze sind. Wir holen sie mit Wasserkannons, in hopes of flooding oder stalling ihre Engines. Wahnsinn, das hat sich so verändert. Vor vier Monaten war das alles so ein trockenes Geräusch. Micky! Ja, was denn? Schau, aber dich fühlst du nicht weg, du bist so wahnsinnig. Es ist nicht nur ein Problem mit Schuchzen und Schuchzen zu retten, sondern es ist uns, die uns in Gefahr zu überleben. Es ist für die Leute, die wissen, dass es eine radically andere Weise zu leben ist, die es zu beurteilen muss. Vielleicht können wir so ein bisschen mithelfen, dass etwas von unserer Natur erhalten wird. Ich bin in Gefahr. Wie sehen Sie mit Luca?